Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu TTTTTTT Gary's Mod Trouble Terrorist Town. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Wir sind hier in einem Kinderzimmer an einem Macbook mit Cornflakes. Und das Ding ist, wir spielen hier so kleine Spielzeugmännchen wie hier im Passett. Ja! Und natürlich ist auch der Donaldi dabei, der sich hier Corgi nennt, der Taros, der Herr Currywurst. Und meine Wenigkeit, der Tobi kommt bald auch noch später dazu. Und das Ding ist, wir spielen TTT, weil wir einfach mal gesagt haben, ach komm, das müssen wir mal ausprobieren. Denn der Taros hat uns immer dazu beredet. Und TTT ist ganz schnell erklärt, also Trouble Terrorist Town ist so, dass es einen Trader gibt oder zwei. Ich weiß es nicht, ist, denke ich mal, unterschiedlich. Und die anderen sind alle innocent, also unschuldig. Und der Trader muss die ganzen Unschuldigen töten, beziehungsweise die Unschuldigen müssen den Trader suchen und rausfiltern. Und ich brauche das wahrscheinlich gar nicht für euch erklären, weil die meisten Gary's Mod kennen. Und wie gesagt, das hier ist so ein Kinderzimmer, eine User-Map, die man runterladen kann, beziehungsweise so ein Jahr von Leuten erstellt mit Halo 4-Poster, Borderlands 2-Poster, Dota, Half-Life 2-Poster und so weiter und so fort. Monopoly liegt da unten, hier liegt auch noch irgendwo ein iPad im Schrank, Cornflakes. Liegen auch noch Star Wars DVDs. Genau. Und wie gesagt, es ist so ein Spiel, wo man wirklich vertrauen muss, beziehungsweise wo man sich von anderen Spielern fernhalten muss. Und wenn man ein Trader ist, muss man eine Geschichtemöglichkeit haben, um die anderen zu töten. Und wenn wir jetzt erschossen werden, also wenn der Tarot jetzt zum Beispiel von einem Trader erschossen wird, darf der nicht sagen, wer der Trader ist. Der kann das zwar weiter kommentieren, aber der darf nicht sagen, ey, der Mafuyu hat mich jetzt umgebracht, weil sonst ist er ein bisschen low. Ja, das sind so die wichtigsten Impulse. Wie gesagt, ich brauche es vermutlich gar nicht erklären, weil die meisten das schon kennen. Habt ihr denn schon TTT gezockt, Taros? Ja, vorhin kurz in einer Probeaufnahme oder so, aber davor noch gar nicht. Und man sieht jetzt gerade, hier ist der Patrick hier unten, der PZ und oben der Sulharen, die wir übrigens nicht kennen. Und scheinbar ist einer von denen Traitor oder halt Innocent und die beiden probieren sich gerade zu killen. Ja, das Mega-Battle hier. Oh, Patrick will es jetzt wissen, er ist verwundet. Oh, Patrick, komm, Patrick, oh, das Duell auf Macbook, Patrick, den tönt, oh mein Gott. Vor allem schießt Patrick aus 500 Metern mit einer Shotgun. Ja, nein, das ist eine Pistole. Es ist dasselbe. Oh, Pistole. Wo sind wir, wo sind wir? Wo siehst du denn hin? Oben. Alter, wenn du das noch schaffst, wenn du das noch schaffst. Wenn du das noch schaffst, passt du. Oh, Patrick, Paul, hier. Oh, Patrick war Traitor. Der Patrick war es. Was ist denn so? Aha. So einfach geht das. So einfach geht das. So einfach geht das. Ja, so einer will ich. Patrick, äh, Patrick. Der Milf Hunter war es tatsächlich. Der war es wirklich. Milfie. So, jetzt rounds in 2 Sekunden. Jetzt darf ich endlich mitspielen. In 2 Sekunden, genau. Jetzt geht es los. Und unbedingt aus allen Sichten gucken. Ja, ist super lustig. Hui. Okay, wir haben jetzt hier Preparing, da können wir unsere Sachen und so weiter aussuchen. Hier Waffen und so einen Scheiß. Das Ganze kostet 9,90 Euro. Und ihr müsst euch empfehlenswerterweise noch ein Capture Pack für Counter-Strike. Oh, Alter. Beziehungsweise ein Counter-Strike-Source-Paket runterladen. Gibt es glaube ich einen Workshop, ne? Alter. Ja, du kannst so ein Tech-Shop-Pack für Travel and Terrace Zone im Workshop runterladen. Also, du brauchst keinen Source-Game. Oder wenn ihr Counter-Strike-Source so benutzt, äh, besitzt, ist das erledigt. Ähm. Wer ist denn der Traitor? Guck mal, hier oben steht auch der Traitor. Also, ich würde ja denken, so wie der Dennis das wieder jetzt gesagt hat, ist Dennis der Traitor. Nee, Alter, nein. Doch, ich glaube. Also, ich bin Detective. Du, du kannst aber jetzt nicht einfach jemanden umbringen, nur weil du denkst, der es ist. Ne, mach ich doch gar nicht. Ich mach, aber man kann ja Vermutungen aufstellen. Ja, klaff, ich denke, den kannst du ihn, aber sag mal so, um den kannst du jetzt dafür nicht. Ja, ich bin der Detective, das muss stimmen. Ja, ne, ne, trotzdem kannst du keinen. Ja, hab ich doch gar nicht vor. Der Sascha ist wieder so leise. Ja, und? Hat dir ein Konto gefallen. Also, ne, ich will nur noch mal ein paar Regeln erklären. Also, wenn ihr normal Trouble im Terrace tauscht. Alter, ich bin das nicht. Wie komme ich denn hier hoch? Der Pelzett muss jetzt ruhig sein. Ähm, da sind die überschossen wurde. Das kam von oben, Alter. Aua. Fällt mir jetzt aber schwer, aber ich werde mir Mühe geben. Na, ich glaube, ich weiß, was war. Wer war's denn? Wer denn? Wer soll Harren? Okay. Ja, wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich geh mal eben holen. Du hast ihn getötet. Guck, ob er Traitor war. Gleich noch den Tobi. Ja, der hat mich umgelegt, der hat mich umgelegt. Gut, also, damit ist schon mal bewiesen, ich bin kein Traitor. Stimmt, ja. Also muss es Dennis sein. Ja, komm, hol ihn dir, hol ihn dir. Wo ist der? Da sitzt der Schriegzeug, Mann, Alter. Da sitzt der Schriegzeug, Mann, Alter. Ich hab, ey, komm. Was hab ich euch gesagt? Aber komm, ich hab zwei aus. Ich hab zwei aus. Ich hab zwei Schatten. Ich hab euch von Anfang an gesagt, Dennis ist der Traitor. Ja, richtig. Das war mir eh klar, wo der gesagt hat. Da steht der Curry, weißt du, da hat der Dreck gesagt. Weil Patrick hat gar nichts gesagt, wo er gestorben ist. Und er meinte, Dennis, jetzt muss Patrick ruhig sein. Ja, ich hab mich selber verraten, stimmt. Aber der Sascha hat mir noch vertraut, Alter. Ich wusste das, ich wusste das. Ich wusste das später. Ich wusste das, genau, weil du das so komisch am Anfang gesagt hast. Hallo. Hallo. Ich liebe, die Map ist echt cool, ey. Ja, es gibt auch noch Minecraft-Maps und so, das kommt noch alles. Wir treffen uns mal alle hier am Auto. Ich will auch ne Sleiber haben. Wenn euch diese Folge oder generell dieses Let's Play gefällt, einfach TTT mal zwischendurch hier so einfach mal zwischendurch rausgehauen, ne. Macht doch mal einen Daumen hoch hier einfach. Damit wir wissen, hey, komm, hast du noch mehr Folge kommen. Weil viele unten grad stehen. Alter, ich hab auch von Patrick, immer wenn der Traitor ist, dann schießt er sofort los, ey. Ah, okay, jetzt hab ich eine Weife. Ja, ich übe ja noch. So, ich bin Industrient. Ich bin Industrient, Leute. Das ist ein Detective. Wie werfe ich eine Waffe nochmal? Dennis, was bist du? Kuh, Kuh. Dennis, was bist du? Oh, wer schießt er? Sascha schießt. Hm? Sascha hat geschossen, Sascha hat geschossen. Ne, das war nicht Sascha, das war dieser Solharter. Doch, Sascha hat geschossen, ich hab's gesehen. Das war Solharter. Das war Solharter. Sascha hat auch geschossen. Ich mach es nicht. Das war Solharter, glaub mir. Sascha hat auch, ich hab's auf meine Aufnahme, Leute. Da, siehst du, der schießt schon wieder auf mich. Der ist Traitor, Sascha ist Traitor. Ne, ne, Sascha ist kein Traitor. Doch. Ihr seid beide Traitor, ihr Wichser. Ne, das stimmt nicht. Ja, natürlich, natürlich. Geil. Dennis, du Sau. Ich wusste, ich seh den nicht. Da oben. Ey, du darfst das nicht sagen, Alter, eigentlich. Das darfst du auch nicht sagen, Sascha, du bist tot. Was, ich hab nichts gesagt. Tot, red nicht. Wer ist denn jetzt Traitor? Der Dean, ne? Du Laldi, Mann. Der Dean, ne? Ja, ich hab den Fass gehabt, Alter, ich hab den Fass gehabt. Nö, nö, sagt er, weißt du? Fuck. Jawoll. Ja, nice, Alter, nice. Nö, Sascha ist kein Traitor, nö. Weißt du, wie der Sascha die ganze Zeit an der Scheche wecken stand, Alter? Ja, beide. Das Problem ist, die Traitor können sich ja halt auch nicht absprechen. Da brauchst du so eine 2, Alter. Obwohl, man kann, glaube ich, man kann, glaube ich, ein Traitor-Chat schreiben. Aber die Traitor können eben sehen, wer der andere Traitor-Team ist. Ja, 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 genau. Dann schwebt da so ein rotes T über den Kopf. Mhm. So. Die Zuschauer sehen das auch. Da sind wir wieder. Ich feier das extrem, Alter. Ja, das macht echt Bock, wenn man das einmal raus hat. Wir hatten halt erste Runden, da war es extrem durcheinander, aber mittlerweile? Nein, gar nicht. 15 Sekunden, Alter, 15 Sekunden. Okay, wer? Was meint ihr denn? Was meint ihr denn? Ich sag, jetzt wird Patrick der Traitor sein. Einfach nur so, wie der mir hinterher rennt. Der rennt mir schon so hinterher, der Bimbo. Ich weiß nicht, was ich war gar nicht. 2, 2. Oh, nee, Dennis, geht weg von mir, ey. Patrick, Patrick, bleib weg. Bleib bloß weg. Nein, ich bin unschuldig. 100% Patrick, bitte, ich bin Detektiv. Wenn du unschuldig bist, habe ich mal hier stehen. Obwohl die Paranoia hier. Warum kann ich den nicht anwählen? Dennis doct. Dennis ist traitor. Dennis ist traitor. Der versucht, er uns zu schießen. Dennis ist traitor. Dennis ist traitor, okay. Vielleicht glaube ich ja, dass du es bist. Nein, 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 én, ich kann not Louvre schießen. Du kann damit nicht einfach hmmmear UCSCHILLs School in 2 bin. Dennis bist du dooff. Wo ist der? Man holt mich doch. Der ist ja trotzdem. 16 Jahre hoch im Uтер 우f haben ihn getroffen. Okay, Leute, Leute, alle auf Dennis. Nein! Wunder gefallen. Wo ist der? Ich seh den nicht. Ab aufs Lego Haus. Ist aber noch einer Trader. Wer denn? Sascha. Sascha ist so ruhig wieder. Nein, ich bin's nicht. Aua, ich werde angeschossen. Ja, ich auch. Okay, da ist es... Oben, oben auf dem Schrank. Oben auf dem Schrank. Wer denn das? Der Dennis, habt ihr den? Warte, ich hieß gerade. Holt ihr euch, Alter. Dennis, wo bist du denn, du Bimbo? Nein. Aua. Okay, der Soharen ist da. Ich hab mich nur erschreckt. Okay, Dennis, Dennis, jetzt bist du dran, mein Freund. Nein. Ich hab gar nicht Zweifel an. Egal, ich sag nichts. Ah, wie du Glück, Glück, Glück. Ja, Glück hat das. Aber hier ist noch ein Traitor. Der Andere, der Soharen ist noch Traitor. Ja. Ich weiß, wie ich nachladen musste. Wo ist der hin? Bis unten, Curry. Was darf ich sagen, denn? Doch, bei dem darf man das hier mal. Nein, der wird nicht rund, oder? Nein, das ist okay. Ja, der hat trotzdem unfair. Ja, okay, Einstiegsfolge noch ein bisschen hier so, ne? Muss man sich ein bisschen vertrauen machen. Ich fand's witzig, wie Curry einfach um meine Leiche vorbeigelaufen ist und der Soharen einfach so daneben stand. Curry, 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 Curry. Ja, warum schieße ich wohl auf? Wie viel leben denn hier noch? Nur noch eher. Noch eher. Okay, das dürfen wir eigentlich auch nicht sagen. Komm, sowas dürfen wir nicht sagen. Wir müssen ein bisschen Regeln festlegen. Wir dürfen nicht sagen, wie viel noch leben. Wir dürfen auch nicht sagen, wer es ist. Auch wenn... Ja. Weil der wieder rumsprayt. Ah, sehr nice. Der Inno's Singed Away. Was hat der denn gesagt, die ganze... Ich hab den gar nicht verstanden. Weiß ich nicht, ich hab auch nicht verstanden. Detective Head, hast gewonnen. Hast gewonnen. Du musst auf jeden Fall gesagt. Aber komm, ich hab zwei... Hab ich zwei weggeholt? Zwei hab ich weggeholt, ne? Ja, aber Dennis, du darfst nicht direkt mal anfangen zu schießen, ey. Das ist ja doof. Ja. Du musst das schon ein bisschen kreativ machen. Das ist ja auch schön. Ich wusste sofort, dass es Dennis ist. Ja, ja, klar. Dennis, der kann das eigentlich einfach nicht vertuschen, weißt du? Aber ohne Witz, selbst wenn ich sage, ich bin's nicht und ich bin's auch nicht, glaubt ihr mir das nicht? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, weil... Weiß ich nicht. Das hast du dir selber versaut. Eingeprox. Ne, neun Sekunden noch, dann werden wir ja sehen. Ich glaub, der Patrick will der Traitor sein. Nein, nach Quatsch. Ja, irgendwann muss der Patrick sein. Was, irgendwas gegen mich, oder? Irgendwann muss es ja der Patrick sein. Ich bin Detective. Ich bin Innocent, ich bin Innocent. Hey, ich bin auch Innocent. Patrick ist Tracer, hundertprozentig, so wie er es gesagt hat. Ja. Ich hab das so wie immer gesagt. Ne, hast du nicht. Du hast das so desinteressiert gesagt. Patrick ist Tracer, hundertprozentig, erschieß ihn. Ich bin einfach desinteressiert. Du kannst ihn nicht einfach so erschießen. Erschieß ihn. Ich, ich, ich geb dir, ich geb dir, ich geb dir mein Leben dafür. Meine Frage, ich knick. Spayer oder nur irgendwelche Faker? Wir sind Faker. Wir sind Faker, ja, ja. Wo sind die Team-Chats? Ich bin kein In-K-Air-Air-Air. Ich glaub, der Curry ist das. Ne, 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 ich bin Innocent, hundertprozentig. Ja, ja, klar. Ich sag die ganze Zeit, ich hab bis jetzt nicht einmal gelogen. Du sagst die ganze Zeit, dass ich das bin. Ich hab bis jetzt nicht einmal gelogen, weil du jetzt, weil du es jetzt wirklich bist. Hat der Vertrauen denn das? Kann ich, wie kann ich denn, wie kann ich denn, wie kann ich denn... Patrick, Patrick ist Tracer, Patrick hat mich erschossen. Was sagst du doch? Curry. Das haben wir doch ausgemacht. Ach ja, ich war nur grad, ich war nur grad, also Patrick hat mich nicht erschossen. Ich bin dann, also wenn man tot ist, einfach nicht, einfach ruhig, ne, einfach gar nichts mehr sagen. Yeah! Curry, Alter. Wie ich's wusste, ne? Ja, trotzdem. Hin, du Penner, ich wusste, dass du bist der größte Penner. Ich wusste, dass du es bist, du bist ein Ansteiger, Alter. Dennis, du bist ein Vertrauen. Du bist so ein Alter, du bist so ein... Weißt du, das Geile ist, das Geil ist, der Dennis hat für mich, ich soll das nicht sagen, aber du sagst das selber. Ja, weil... Ich kann mal hier was... Was, wenn ich mal spekt, ich kann mal was aus dem Trader-Shop kaufen. Und wie machst du das? Ähm... Du drückst C. Hier, ich kauf mal eine AK. Der Sollhaarren ist AFK. Okay. Also du bekommst, der ist, äh, unterm Bett. Da bin ich auch öfters. Glaub ich. Alter, was ist ein behinderte Met, das eigentlich ist, ne? Ist aber cool. Hier liegt voll viel rum, er ist Star Wars Film und Born Identity, lag hier auch rum. Bei Lego, Alter. Lego Haus. Und der LKW. Warte mal, man kann hier sogar eine Nyan Gun kaufen. Ich hab dann... Okay. Guck mich mal bitte alle an, okay? Ich hab das schon mal gesehen. Loll! Loll, das geht jetzt? Jetzt schieß mal, schieß mal. Warte, warte, warte. 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 Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte, Alter? Ich glaub, du kannst ja auch ne G-Art Bombe kaufen. Wie geil, Alter. Wie geil. Wie geil. Und das können nur die Traitor kaufen oder geht das auch so? Ja, das können nur die Traitor kaufen, ne. Dann verrätst du dich ja direkt. Aber ich sag mal so, wenn ihr Traitor seid jetzt hier, dann kauft euch ruhig Sachen aus dem Traitor Shop, weil da kannst du echt kreative Killzipp machen, wie zum Beispiel C4 und sowas. Ja, aber wenn du die näheren Dings holst, dann verrätst du dich ja direkt. Jaja, na klar. Aber es gibt auch Sachen, mit denen du echt kreativ töten kannst. Aber das macht echt Bock, ey. Wie zum Beispiel wenn du C4 plantest. Ja. So, Dennis, wenn du jetzt Traitor bist, dann verrat dich bitte nicht sofort. Und wir sagen das ab jetzt, also wer gestorben ist, einfach leise sein. Und nicht sagen, von wem er gekillt wurde. Ich bin's. Halt die Fresse, Patrick. Du bist es wirklich jetzt. Pass mal auf. Du bist so... Wie er echt schon wieder anfängt, weißt du? Ich bin Detective. Ja, du hast ja jemanden gefangen. Ich bin Detective. Dennis ist Traitor. Kann ich lügen, oder? Der Dennis kann nicht lügen, oder? Der Dennis kann nicht lügen, oder? Der Dennis kann nicht lügen. Echt? Ja. Der Dennis kann echt nicht lügen. Das hört man direkt. Jetzt mal ohne Witz, ihr denkt glücklich. Ja, du bist das auch. Auch wenn ich auf alle schwören würde, was mir ehrlich ist. Ja, ich schwör auf Big Mac. Wenn du auf Big Mac schwörst, dann ist alles cool. Ich schwör auf Big Mac. Okay, der ist Traitor, der ist Traitor. Moment, Moment. Ich bin niemals nicht Traitor. Warum kommst du dann nicht zum Macbook? Zum Big Mac kommst du nicht. Ich beweise es. Guck, guck. Ja, warte, warte. Ich muss zum Brief schreiben. Alter, Sascha hab ich erschossen. Sascha. Ich hab ihn nicht. Sascha hat eine AWP gehabt. Sascha. Was war das denn für eine Scheiße? Bettelt das unter euch aus. Das war eine Silence AWP. Alter, was? Ey, man euch kann man nicht vertrauen ohne Witz. Niemand von euch, ey. Das ist so geil. Niemandem kann man vertrauen, Alter. Das war aber jetzt ziemlich mies, Dean. Das war aber jetzt ziemlich mies, Dean. Boah, Dennis war auch innocent. Scheiße. Was? Der Dean war da? Der Dean war der Traitor. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich bin kein Traitor, nein. Sol Harem. Der hat mich doch erschossen. Der hat mich doch erschossen, der Dean. Ich hab Patrick doch sofort erschossen. Das war ich. Warum hast du das eigentlich gemacht, Sascha? Das war doch sinnlos. Wo ist der Typ? Wo ist der? Der ist da bei der Cola. Bei der Cola, ja. In dem Luftschacht. Na ja. Die Sniper hier. Der rumrennt, Alter. Ich hab dich Sniper und bitte Sniper. Weißt du, Korki, Mann, ey. Korki. Der ist in irgendeinem Luftschacht und packt sich da grad irgendwie fest oder so. Ja, vielleicht machen wir das in der nächsten Folge mal so, dass wir mehrere Leute dazu holen. Den Bufando und so. Vielleicht haben die das ja auch. Wäre ja lustig. So mehr Leute, umso lustiger, glaube ich. Das wird dann noch schwieriger, Alter. Was macht der denn? Alter. 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 Erkennt sie mal mit einer Sniper, Mann. Alter. Hey. 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 Boah. Boah. Hör damit nicht auf. Und... Die eher so. Hey, Dean, ich dachte du warst Traitor. Nein. Nein. Ich hab den Sascha doch umgegeben sofort. Ja, stimmt. Ach, der Sascha war... Ja. Der Sascha hat uns da noch hingelockt, weißt du. Und dann ballert der einfach so eine Menschen. Wieso Chloido, weißt du? Ich hab euch hingelockt. Guck mal, guck mal, guck mal bei dem Macbook, Alter, was da los ist. Was ist denn da los jetzt? Ich will gleich, ich will gleich einen Brief mal schreiben mit dem Macbook. Brief? Brief. 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 Okay, los geht's Leute. Wir sind ganz ruhig. Alle ruhig bleiben. Ja, Leute, wenn euch das Netzplay gefeiert, wie gesagt, dann lasst man einen Daumen da. Und dann haben wir bald die nächste Folge raus. Weiß nicht, ob das jetzt regelmäßig so sein wird? Oder ob wir das einfach nur sporadisch mal gucken? Hallo lieber Steve. Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin innozent, ich bin innozent, ich bin innozent. Dennis ist traitor. Ey, warum? Dennis ist traitor. Ey, warum? Dennis ist traitor. Dennis ist traitor. Nein, ich komm, ich beweise es. Ich komm zum Macbook. Guck. Hallo lieber Steve Jobs. Der Dennis ist es. Ey, alter nicht auf. Was ist los mit dir? Dennis ist es wirklich, alter. Patrick, was ist mit dir kaputt? Bist du? Ich bin das noch gar nicht. Du hast doch grad trugen. Alter seid ihr bekloppt, ich war es nicht. Das war ich, weil ich hab auf dem Dennis da. Ich hab jetzt geguckt und da stand da. Also dem Dean, dem Dean würde ich ja jetzt nicht vertrauen, ne? Bring mich ruhig um, hier, bring mich einfach um. Bring mich um, komm. Tu's. Du's. Weil ich trau euch beiden nicht. Der Patrick hat geschossen. Der Patrick hat auf mich geschossen. Nein. Was, Patrick? Nein, ich hab keine Muni mehr. Fuck. Ich war nicht Traitor, weil ich hab nur gesehen, dass der Kürig auf den Dennis geschossen hat. Das ist der? LOL. Sorry. Was? 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 Ich dachte, ich dachte, der Dennis. Aber ey, was ist das denn? Der hält die ganze Zeit seine Fresse. Ja, ne? Du kannst nicht einfach auf jemanden schießen, Alter. Wie er uns alle aufeinander aufgehetzt hat, weißt du? Wie er mir nicht vertraut. Wie er mir nicht vertraut. Ne, wir müssen nochmal eine Regel ansetzen, dass, wenn du keine Beweise hast, du nicht einfach draufschießen kannst. Trau dem Dennis aber gar nicht. Aber wie soll man denn Beweise sammeln? Na eben, das kann man nicht beweisen. Ja doch, du musst halt warten. Ne, das finde ich einfach geil mit dem Mistraum. Das ist ja das Gute. Das ist gut so, das ist coole so. Lassen wir es auch. Aber der Sascha weißt du so hinter plötzlich. Man darf es aber nicht verraten, ey. Ja, und man darf es auch nicht übertreiben. Also ein bisschen, man muss schon ein bisschen was haben. Mindestens einen Toten. Einen Toten mindestens. Weil sonst können wir ja einfach Deathmatch spielen. So, Freunde, kommunizieren miteinander. Ich bin innocent. Ich auch. Jo. Patrick ist Traitor. Jo. Daraus, nein. Alter, was du mit dem... Guck mal, das... Das wäre dann zum dritten Mal in Folge, das ist unlogisch. Nein, ich höre auf. Ich war schon lange nicht mehr Traitor, Alter. Ich weiß, wer es ist. Der auch nicht ist. Sascha, nein. Der Dien ist es auch nicht. Warum? Der Dien ist es nicht. Der Dennis muss es sein. Der läuft da gerade um die Schießpackung rum. Der muss es einfach sein. Die ist rot. Das ist eine Cornflakespackung. Cheez-it ist das. Leute, guck ich... Sascha! Sascha! Was ist denn los mit dir? Sascha! Sascha ist da! Jo. Ja, siehste, Mann. Also Sascha, du musst... Was bist du... Das ist sehr unlogisch. Das hätte uns eigentlich schon Bescheid geben müssen, ey. Sonaldi, du Rotzlöffel, Alter. Rotzlöffel? Meine Fresse. Der Sascha immer dieser hinterhältige... Es ist noch einer noch. Dieser Schlumpf. Nein, das war's. Ne, sonst wäre die Runde doch vorbei. Ah, ist sie doch. Ja, ist sie doch, ja, okay. Also der Donald... Der Sascha, ne, ist ein ganz hinterhältiger. Alter, sowas Erbärmliches. Ne, mit sowas spiele ich nicht. Richtiger Bimbo. Lügenbaron, ey. Lügenbaron. Man, wie geht's so ums Lügen? Wer hat das gesagt? Feiert das aber extrem. Ja, das macht Bock, ey. 7, 6, 5, 4... Ich sag einfach direkt, was ich bin nicht. Ich hab bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Ich sag sofort. Ich sag sofort. Ich bin innocent. 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 Patrick ist Traitor. Ich vertraue dir die Runde. Ich bin innocent. Ich hab bisher immer, immer die Wahrheit gesagt. Ich auch. Ich schwör's dir. Du hast mir aber nie geglaubt bis jetzt. Ich hab auch mal den Traitor. Nein, ich bin innocent. Ich sag's dir. Ja, töte mich. Bring mich um. Bring mich doch um. Komm, ich stell dich, ich stell mich vor das Macbook. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie denn ist das schon hinter dem Macbook? Nein, nein, nein. Ich hab einfach nur Angst, dass der... Hier, komm Leute, bringt mich um. Ich bin Traitor, bringt mich um. Wenn ihr euch so sicher seid. Kommt. Traut euch doch. Traut euch doch. Kommt. Bringt mich um. Ich glaub, der will einfach... Was hab ich euch gesagt? Ich wollt's grad machen. Taraus, Alter. Sascha. Okay, er war's nicht. Ich hab's euch gesagt. Ich sag immer die Wahrheit. Was, ich war kurz davor zu schießen. Das ist so geil, weißt du? Ich hab voll die mega Angst gerade vor euch. Ich glaub, das ist der Dean, ohne Scheiße. Nein, ich bin's. Der Dean ist es. Der Dean ist es, bestimmt. Nein, ich bin's nicht, Mann. Ohne Scheiße. Ich bin echt nicht. Der Patrick ist es. Der Patrick ist es. Der Patrick ist es. Es ist kalt, ey. Ich glaub das nicht, Alter. Weißt du? Er ist voll allem Misstrauen. Auf einmal rasten die alle aus. Ich wusste, dass es der Patrick ist. Ich hab's am Anfang. Ich hab's am Anfang direkt gesagt. Direkt hab ich's gesagt. Ja, das hast du immer gesagt. Jedes Mal. Guck mal aufs Bett. Guck mal aufs Bett, Tachos. Ich glaub, da schläft ein Mädchen immer. Was war das denn? Alter, das ist so genial. Das ist noch so fun. Hast du's verstanden? Aua, Alter. Ich will noch auf die Leiche schießen. So. Der Curry ist einfach immer gegen mich. Nee, nee. Aber guck mal. Guck mal. Ich war bis jetzt immer ehrlich, Leute. Ich auch. Ich hab bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Das ist kein Schwer. Ganz ehrlich. Ich hab sofort Traitor gesagt am Anfang. Nein. Stimmt, Tyler. Bei dir weiß man das nicht. Hatte, hab ich auch gedacht. Ja, das ist dann das Problem, ob man es glaubt oder nicht, ne? Ja. Ich hasse das Spiele, Alter. Mach mal ne Nerven fertig, Alter. So. War's richtiger Kevin. 2 Sekunden. 1. 0. Innocent. 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 Patrick ist Traitor. Ja, sag ich auch. Nein, ich bin Innocent. Was soll ich machen? Alter, seid ihr bimohaft oder was? Ich bin Patrick. Ich bin Patrick. Ja, Patrick ist es wirklich. Nein, Sascha ist es. So ist es schon. Nein. Ja, Sascha, Sascha. Ne, weißt du was? Der Patrick, der Sascha lenkt so ab. Der Sascha muss es einfach sein. Doch, der Sascha. Nein, der Dennis ist es. Der Dennis ist es. Ich schwör, das ist der Curry. Der Dennis. Wobei, der Curry war auch noch nicht. Warte, ich stell mich ans MacBook und dann könnt ihr mich erschießen. Kommt, traut euch. Ne, das macht er jetzt nur, weil er weiß, dass wir nicht schießen. Mach das doch. Der Sascha hat doch gerade auch geschossen. Komm, erschieß mich. Ich bleib jetzt so lange hier stehen. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Komm, Sascha, trau dich doch. Du hast es schon mal getan. Das ist der Sascha. Das ist der Sascha. Siehst du, was sag ich hier? Was sag ich hier? Ich sag der Patrick. Ich sag der Patrick ist es. Was hab ich hier gesagt, Sascha? Der hat nämlich vorhin schon wieder so Verwirrung angeschickt. Wie sie mich zweimal getötet haben. Einen unschuldigen haben sie zweimal getötet. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ihr wärt, ne? Guck mal. Der Dennis muss Traitor sein. Der läuft so abseits. Nein. Der Donaldi. Der Dean und der Dennis. Boah, ich liebe mich. Okay, dann ist es der Dennis. Nein. Doch. Wer? Ja doch, ist es Dennis, ist es Dennis. Nein, der Dean ist es. Ja! Ja! Headshot, Mann, Bitch! Sauber, sauber. Sehr geil. Wir haben alle geantwortet. Cheezid, Alter. Sehr, sehr geil. Nicht mit mir, Alter. Aber guck mal, ich hab schon wieder die Wahrheit gesagt. Das ist so geil. Ich hab auch die Headshot gesagt. Ich hab auch die Wahrheit 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 gesagt. Wie siehst du jetzt mit dem Gesichtspiercing? Keine Ahnung. Was soll ich doch wissen? Ich hab auch die Wahrheit gesagt. So, ich bin da. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Ich bin auch innocent. Ich sag die Wahrheit. Ich sag die ganze Zeit. So, ruhig. Leute, jetzt beruhigen wir uns mehr, ja? Dennis, was ist denn? Wenn ich hier runtergehe, fall ich da runter? Wo denn? Weiß ich nicht. Der Dennis ist es! Der Dennis ist es! Der Dennis ist es! Nein! Smoke René! Ich lebe noch! Wenn ich da runterfall, fall ich da runter oder was? Loll! Nein! Alter! Du nein, du Spasti! Sag doch ja! Tarros! Tarros! Nein, der Dennis ist wirklich der Traitor gewesen. Nein, ich hab ihn schon gekillt. Es ist Tarros! Tarros! Es sind beide gewesen! Hallo! Dean! Dean! Die waren beide Traitor, Alter! Achso! Alter, der Sascha ist runtergezogen! Ja, das ist so, da weiß man gar nicht mehr wohin mit seinem Kopf, ne? Alter, lol! Oh nein, es ist noch einer dabei. Ich bin schon groß und schwer. Nein, die Runde ist schon vorbei. Unsere Haare. So, jetzt. Jetzt machen wir die letzte Round hier für diese Folge. Okay, der Dennis will es jetzt nicht sein. Der Sascha ist es. Oder der Patrick. Komm, wir machen nur zwei Runden. Einer von den beiden. Einer von den beiden. Ich könnte das jetzt voll schon anziehen. Sascha, nein, du hast mir nicht vertraut. Das wirst du jetzt büßen. Büßen, Alter. Büßen. Ah, ich hätte von nachladen müssen. Scheiße, ey. Wenn wir so runtergehen, fern wir runter, oder was? Du zu Fürsten, Alter. Du zu Fürsten. Du zu Fürsten. Curry. Nein. Du zu Fürsten. Innocent. Innocent. Okay, Patrick ist es nicht. Patrick ist es nicht. Dann kann es nur Sascha sein. Sascha ist, er sagt, die Wahl heißt. Ich bin Traitor. Oder Kevin. Dean und Sascha sind es. Ich habe gar nichts gemacht. Dean und Sascha sind es. Cheers. Cheers. Ich bin kein Traitor. Danke. Kevin. Ich war innocent, du Hurensohn. Scheiße, der war wirklich, der war wirklich innocent. Du bist doch Curry, Alter. Ja komm, schick's mich doch um. Komm, Dennis. Ey, Leute. Ey, Leute. Wir dürfen das nicht eiskalieren lassen, es geht hier um Leben. Alter. Du machst das doch hier. Hä? Was mache ich denn? Was geht denn hier ab? Sascha umgebracht. Ey, der. Ja. Der hat einfach geschossen, der Typ. Alter, ich war ein Traitor. Ja. Was, der Dennis war Traitor? Ja. Warum bist du denn zweimal hintereinander? Alter, du hast deinen Traitor-Typ. Du darfst den Traitor-Kollegen nicht umbringen, du die Junge. Achso. Ich bin schon groß und viel, sagt der. Der heißt so. Ja, sorry. Ich hab noch nie gezockt, das ist gerade meine erste Runde hier. Ja, aber du kannst doch den Traitor nicht erschießen. Echt? Jetzt die Kommentare wieder. Nö, ich will der einzige Traitor sein. Aber ich wollte der einzige Traitor sein. Ach, aber... Okay. So, Leute, jetzt beruhigen wir uns mal. Wir treffen uns bei Macbook. Ja, komm. Was hast du gesagt? Bei Mac ist... Nichts. Bleiben wir ein alter Hauer aus. Nein, komm. Pssssss. Konzentration. Es geht hier um alles, ja? Ja. Alle bei Macbook-Treffen. Ja, aber ich muss noch mal die Tour noch sammeln. So. So. Ich bin Innocent. Innocent. Ich auch. Innocent natürlich. Ich bin Innocent. Jetzt sagst du mir, das ist Patrick. Ja, ist er auch. Ah, ne. Der Patrick. Alter, was macht der denn? Was macht der denn? Er schießt die Leute. Hab ihn nicht, hab ihn nicht, hab ihn. Oh mein Gott. Okay. Ich bin Proven. Nein, ich bin Innocent. Wer ist das denn? Was willst du von mir, Sascha, Alter? Du hast mir nie geglaubt. Jetzt glaubst du mir wieder nicht, oder was? Du hast mir von auch nicht geglaubt. Ist das dein Ernst? Ja, weil du mit... Ernsthaft, Leute. Ihr seid doch... Du Spaß, ey. Ich hab's so im Blut, ne? Mein Körper hat gesagt, dass du es warst, Alter. Ja, ja, klar. Dein Körper. Weißt du, der Curry? Ich schwör dir, der Curry ist so gut im Lügen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Den kannst du... Den kaufst... Du musst wirklich ein Bauchgefühl haben, was dir sagt. Das ist so geil, ey. Wie er wirklich nicht damit gerechnet hat, dass ich das Feuer auf ihn eröffne, weißt du? Ne, ich hab ja echt gedacht, der Sascha eröffnet es. Ne, er wär wirklich so sicher in seinem Leben und hat gedacht, ach komm, alles klar hier. Ne, ich hab mir gar nicht gehalten. Ich hab so einen Schiss. Alter, ich kam aus dem Hinterhalt und hab meine Cola-Brose um deine Ohren geschossen, Alter. Cola-Brose? Was? Ihhh. 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 So, 13 Sekunden. Sascha, ich glaub dir übrigens nie wieder, ne? Ich glaub dir nie. Ich glaub dir nie. Alter, ich hab dir... Du hast mich zweimal erschossen ohne Grund. Ihr wisst wo unser Treffpunkt ist, ne? Ihr wisst wo unser Treffpunkt ist. Ja, Macbook. Innocent. 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 Dennis ist es. Dennis ist es. Ja, warum denn ich schon... Weil du das wieder so komisch gesagt hast. Doch, das hab ich gehört. Hey, ich schwör, ich hab... Weck nur auf. Ja, ich bin... 100 pro. 100 pro. Wirklich. Ich bin Detektiv. Ich prüf das jetzt. Du kannst das nicht prüfen. Alter! Der ist doch behindert. Dennis ist es. Der Dennis ist es. Hab ich doch gesagt! Mann! Ich hab den PlayStation aber mitgenommen. Wie ich das immer raushöre, Mann? Sascha? Sascha? Das ist der Lügenbaron Nummer 1, ey. Ich bin... Ja, aber ich hab bis jetzt nicht immer rausgehört, wenn du das gesagt hast. Das ist der andere. Das höre ich einfach bei dir. Ich weiß nicht warum. Ich schwör's dir. Ich bin's wirklich nicht. Guck. Ich tu die Waffe weg und läuft hinterher. Da ist der. Da ist der. Nein, ich bin's nicht. Da ist der. Nein, mein Gefühl würde auch sein, der Dennis ist es. Ich bin's nicht. Würde ich auch sagen. Also vom Kopf her... Nee, guck mal. Der geht schon mit der Schiene. Komm Sascha, du musst im... Alter, was ist denn mit dem los? Das Geile ist, der ist es nicht mal. Da, siehst du. Ich sag doch, ich bin's nicht. Wer war's denn? Der andere Typ. Aua. Der soll Haare. Der soll Haaren war es, ne? Also guck mal, wie mein Körper da liegt. Voll bequem. Voll bequem. Voll auf schön, weißt du. Bei mir ist alles easy. Ich bin zwar tot, aber passt schon. Komm mal, eine Ruhne machen wir noch. Ey, das war's doch Flaune. Du Flaune? Flaune? Flaume, Mann. Flaumenbart, Alter. Kein Flaume. Ihr seid aber behindert. Daumen hier. Innocent. Nein, warte mal. Das war's. Soll ruhig, 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 ruhig. Ich fuhr gleich link zum Partner, Alter. Link zum Partner. Machst du dein 5 Meter Bart oder was? Dann gib мне der Barbarasalisch, Alter. Es ist saubarabalisch, man. Komm komm, komm komm komm, komm komm komm, komm komm komm. Komm 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 komm. Ich bin da. Ich muss noch hier, warte. Innocent, innocent. Innocent. Ich auch, aber besser wird oder Trailer sein. ok denn es wird diesmal nicht sein alter denn der hat das so komisch gesagt das ist das würde ich aber auch sagen alter aber auch der weise der rennt wieder weg und schreit direkt wieder auf ich versuchte anstatt der anstatt der ruhig weise anstatt einfach ruhig bleibt denn es ist es ist wirklich denn es ist durch eingefallen denn es ist das muss der muss haaren sein alter lebt er noch das bist du die corgi und ich und denn es tötet und beachtet ich habe wohl die gewaltete sagen das war so geil das macht bock vor allem wenn man so im team ist du stirbst jetzt oh nice alter bäum alter bäum mega mega coole rolle gemacht alter lasst doch ein like da wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge wird gta was wo steht gta musst du gerade jagen sehen nehmen wir es mal mit dem dumm jetzt und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.